Nein, nein. Boah, Alter. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Take It Light. Mit dabei, da, bitte. Und 85er bitte. Hi. Ihr seht, ich wäre beinahe gestorben. Beinahe 1,0 Herzen. Das ist 0,5 Herzen noch. Ups. Alter Schwede. Ja, da hat der Yoshi ganz knapp noch überlebt. Ja, leider, ja. Wieso leider? Das war Glück. Reine Blaze, Rottenhammer. Entschuldigung, Leute, dass ihr bei mir gerade die Wand angucken musstet. Ich habe was nicht gefunden. Die Wand. Die schöne Wand. Okay, es war die... Was hast du denn gegen die Wand? Es war die Decke, kurz. Oh, shit. Die schlitt doch wieder auf mich. Mami! Ja, gleich ist er hier. Gleich ist er hier. Ist klar. Okay, Josh, wir haben's. Okay, Abflug. Abflug. Ich habe noch ein Jetpack als Reserve, falls es nicht langt. Also meint, es ist jetzt halb leer. Geht schon. Okay. Ab, raus hier. Raus hier. Leute. Spannender war es hier nicht mehr. Oh, mein Gott. Boah, ich dachte, ich müsste zu sterben auf den letzten fünf Metern. Ja, ja. Sind die noch sauer auf dich? Nö. Bist du auf dich? Die sind dann auf jeden sauer, oder nicht? Boah, ich will endlich diese Nano-Rüstung haben. Und die schlecht. Ich will... Hä? Die Power-Rüstung brauchen. Ja, ich meine, diese Power-Rüstung, wo sie alles machen kann, fliegen, arbeiten. Mua. Dann können dir diese Viecher nix mehr antun. Hahaha. Überhaupt nix. Da freut er sich schon drauf. Ah ja, Yoshi. Hier können wir eine gute Eisenfarm bauen. Das können wir ja... Haben wir ja leider nicht brauchen können, aber die können wir hier bauen. Ja, ich weiß. Dazu brauchen wir bloß einen Eisengolem. Ein Golem? Ein Golem. Darf man spawnen, eigentlich? Nein, das geht, glaub ich nicht. Doch, das geht. Das geht noch, bei Tech Town 2 ging's nämlich nicht bei Tech. Das ist aber, sagen wir mal so, das ist was ganz anderes. Raus hier, raus hier, raus hier. Blech hier. Hahaha. Die Rettung naht. So. Alle wieder da. Juhu. Äh, wo lag das bei Terror in welcher Küste? In der... oberen Waffenküste. Oberen Waffenküste. Wo hat der Waffen... Ja, wo ganz viele von diesen komischen Waffen drin sind, ganz einfach. Atomale Spongerrahm. Oberen Waffenküste, haben wir acht Stück. Ähm, wollen wir dann die Query einfach mit Lava-Energie antreppen? Ja, wenn sie, wenn sie dann schneller läuft, wenn wir Lava haben? Ja, Lava haben wir genug in Netter. Jetzt kommt der Punkt. Würdest du enderpellen? Nein, hier kam kein Enderman vorbei. Ja, wie, jetzt kann kein Enderman vorbei, sonst wären wir immer tausend Endermans. Ja, sonst wären wir immer tausend Endermans, aber... Diesmal nicht. Ja, wo hat Enderman zu suchen? Dann muss das Nacht werden. Warum? Okay, dann warten wir halt ein paar Lügeknappen. Extraktor. Endy... Seid ihr? Enderman... Ja, wo seid ihr denn? Sollen sie prügeln, lieber dich? Ja, sonst kommen sie immer als erstes, ne? Und wenn wir die Scheide, wenn wir die netten Viecherleins suchen... Dann haben sie den Bock. Und meistens spawnen die doch in der Wüste, oder nicht? Ja, oder am Strand, ja, so gesehen am Strand, ja. Schatz, das ist einfach, ob der, ob der nette Terror, oder mal vielleicht ne Ender-Perle hat. Eine brauchst du nur, oder was? Ja, zwei Stück brauchen. Was denn jetzt? Pff. Eine brauchen wir, ja, zwei. Du willst es einen Ender-Tank bauen, oder was? Ja, richtig, zwei Ender-Tanks, die kann man auch rumschalten, und dann haben wir da eine Ava drin, und dann können wir auch Lava-Energie. Ja, du brauchst aber erst nur ne Pumpe. Ja, die Pumpe ist jetzt nicht die Welt. Und wir haben kein Eisen. Ja, wir haben kein Eisen, also 100 Eisen. Ja, so ein bisschen Eisen sollten wir jetzt langsam wieder farmen, ne? Ja, ja, wir müssen, glaube ich, wieder die Query mal richtig dampfen. Das ist ja eigentlich mal was. Aber da müssen wir eigentlich nochmal ein ME-System bauen, nur für die Query. Ich guck mal nach der Query. Die läuft nicht. Ja, da funktioniert der Minium Stone. Okay. Ja, schön. Eisen, erneut, damit. Kupfer, Eisen, erneut. Jetzt heißt, wir haben vier Obsidian, hoffe ich. Äh, ja, Biff, barm. Nein, wir haben nur zwei. Mission Obsidian. Ja. Option, mal wieder nach Hause telefonieren. Richtig, Optionen. Wir brauchen Optionen jetzt. Das hört sich witzig. Jetzt brauchen wir zwei Kessel. Was, du willst mein Kessel? Trinkst du nicht. Abgelehnt. Abgelehnt. Du drehst nicht mein Kessel. Ich schmeiß die Query mal wieder an. Ja, mach das. Äh? Muss ich mir noch die Füße lassen, hier. Ja, ähm, keine Worte. Doch. Was, Frau, muss? Wolle. Eine Spinne kaputt machen. Ich habe jetzt nur keine Schere dabei, wie bei mir sind ein Haufen Schafe. Wieviel brauchst du? Dann kill eins davon. Entendet dein Kampf ja schon. Wieviel Wolle brauchst? Viel. Äh, nein, eine Wolle eigentlich nur. Viel. Eine richtige Aussage. Wie brauchst du alles? Alles, was du finden kannst. Okay. Ach so. Schnell, schnell, schnell. Davor es dunkel wird. Uh, es wird dunkel. Weg, 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 weg. Ach, ich weiß. Boah, viel wirft die Crow jetzt noch nicht ab. Charlie, Mama Lady. Das sind mir schon bewusst, dass die Query nix abwirft, wenn man sie auch die laufen lässt. Na, die ist ja jetzt. So ist es dunkel. Ja, ich komme ja schon. Ja, ne, in der Pern habe ich jetzt schon. Es geht jetzt rein darum, wir brauchen, bei Obsidian noch. Ja, es ist kein Problem, wir brauchen nur eine Dia-Hacke. Wäre auch mit Wasser und Lava gut gemacht. Ja, aber abbauen muss es trotzdem mit einer Dia-Hacke. Ja. Wäre überhaupt nur eine Dia-Hacke? Haben wir auch. Oder wir hatten die. Du musst doch eh niemand haben, die Dia-Hacke. Ich hätte einen Eisen. Äh, ich habe hier mal reingelegt. Ja, die hat der nette Terror. Oh, Mann. Warum bunkert der alles da oben? Das wird er bestimmt noch im Inventar auch noch haben. Richtig, wahrscheinlich so. Wir sind ja wohl schon ganz schön tief gekommen, ne? Ja. So, das heißt also, wir brauchen Dia-Hacke. Oh mein Gott, auf dem Dach sind viele Monster. Oh mein Gott, auf dem Dach. Wem kommt bloß nicht in irgendeine Quark. Oh mein Gott. okay ich habe noch genau 4 die es gehabt das heißt ab mal schlafen echt jetzt okay das ist sehr gut dass man da mehr gummi herstellt extraktor das ist gut da denkt einer wenig mit um die kümmerung ich bin nur also um sie sich frei und wir sind auf dem dach war für ein auf dem dach herrscher hatte es auf das um wir haben wenn es wieder in den Dreck mit der Schiller 5 aber wir haben es es gibt sie haben sich der Schiller 5 kommt für das hat was haben in der Tat oder und das gilt für uns Frauen können wir den Zuschauern endlich mal was Neues zeigen und nicht nur als Solago. Ja aber du musst ja erstmal eine Pumpe noch machen. Ja die kannst du mal selber craften. Ich werde nicht alles craften. Ich bin ja nicht der, der es macht. Ja nein. Du sollst dir was zeigen. Ah ok. Anscheinend ist bei meinem Rückweg ein Creep explodiert. Aber kein Problem, das mache ich nachher wieder heil. Okay, ich brauche eine Eisenhacke, Eisen, Eisenrad. Okay, das kann ein Problem. Äh, mal schmeißen wir das Schiff da hinten raus und schmeißen wieder ein neues Reit. So, was heißt das? Warte, was ist mit seiner? Eisen. Das brauche ich. Holz. Das ist nicht so viel Creep, ey. Holz und Redstana. Ey! Ey, die hat das Licht ausgemacht. Dann brauche ich Glas. Warum haben wir jetzt keinen Strom mehr? Was machst du da? Naja, machen wir erstmal... Mist, meine Eisenhacke ist angedudelt. David, was machst du da? Alles zu. Erd. Das heißt, ich brauche... Ach, jetzt fange ich auch schon mal an damit. Also, das stimmt. Was denn? Nichts. Ich brauche erstmal ein... Ich weiß nicht, es sieht irgendwie so aus. Die ganze Zeit irgendwas wird neben mir explodieren, aber er macht die ganze Zeit erde. Dann brauche ich... Dann brauche ich Stone. Oder Koppel. Wie heißt der Ring? Das ist kein Ring, das ist Minium Stone. Die kannst du nun mal aufmachen. Ja, aber wir machen den nicht. Warum? Darum. Wegen Erde? Okay. Naja, sieht schon ein bisschen schöner aus jetzt hier. Ja, da, da. Da. Oder? Taliban. Von Minecraft. Und was? Taliban? Minecraft? What the heck? Die Taliban von Minecraft. So, eine Pumpe. Und was brauchen wir jetzt? So ein Ancients bestimmt, oder was? Mir ist nix anders bekannt. Ja, dann brauchen wir... Legts gerade? Nein. Ich hab grad'n bisschen Einbruch bei den FPS, so, ja. Und jetzt wurde ich gekickt. Und jetzt geht's auf einmal wieder. Hast du ein Endertank gesetzt, oder wat? Ne, der ist schon... Der liegt hier schon. Der liegt da schon, okay. Oh. Okay, Leute. Das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.